Jo Leute, was geht ab? Willkommens zu einem neuen Video. Wir spielen Welcome to Paradise, ein neues Spiel. Ehrlich gesagt, keine Ahnung was das ist. Ich bin krank, wie immer. Oder wie schon wieder. Und ja, bin rein ins Game gegangen, überquere die Grube, drehe den Bug. Ich kann, ich spiele mit Controller, ich kann hier halt so rumlaufen. Dann kann ich hier so langsam, dann kann ich im Moment so eine Rolle machen. Okay, da kann man es sehr langsam schlagen. Hier auch, also schwerer Angriff, leichter Angriff. Sprinten anscheinend irgendwie noch nichts. Können jetzt hier ein Holz nehmen. Okay, damit können wir dann hauen. Ist der Wische weg, sieht ganz cool aus da. Jetzt kommt hier der erste Zombie, also ich weiß nicht, ob das ein Survival Game ist oder was. Ja, ich hab keine Ahnung, was ist das? Oder ist das ein Diablo Game oder was? Ich weiß es nicht. Einfach gesehen, sah ganz lustig aus. Kann man runterfallen? Nein, man kann es nicht. Also, Zombies, Zombies, Zombies. Jetzt sind wir hier in so einer Base. Was sind das für Kollegen? Das sind irgendwelche Zombies, aber die mit einem Helm ausgestattet sind und uns anscheinend helfen. Eine Axt. Ich kann hier Holz sammeln ohne Ende. Was ist das denn hier? Also, die packen irgendwie Hölzer rein. Keine Ahnung. Unterschlupf der Wächter. Die kann ich aber auch nicht ran. Aber man kann mit dem reden hier. Ich muss nicht mehr Holz holen. Okay, also ich drück da mal. Das ist in der Karte. Okay. Hier sehen wir die Karte. Boss, Stecknadel. Bam, 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 bam. Rein, zoomen, raus, zoomen. Hm. Stirb nicht, finde Bob. Okay. Wöchtest du denn sowas wie ein Inventar? Ja. Also, da haben wir das Holz. Alles. So ein bisschen hier boogen, oder was? Ah ne, das könnte ich jetzt schon herstellen, oder was? Sowas mit Crafting. Ich könnte jetzt hier so einen Pfeil. Okay. Da oben ist noch ein bisschen was geblockt. Fähigkeiten. Quest. Jetzt habe ich natürlich meine ganzen Stöcker verbraucht. Jetzt habe ich nicht mal einen zum Schlagen. Am besten. Ich sammle jetzt nochmal irgendwo einen ein. Das macht ja wahrscheinlich mehr Damage. Statt mit der Hand ne Schaden 3. Und mit der Hand weiß ich nicht. Wahrscheinlich weniger. So, finde Bob. Ja, und was ist das hier? Warum ist das denn hier so langsam? Ah, haltet B gedrückt um zu rennen. Ah, okay. Aber links unten wieder mit Ausdauer. Ich hasse ja Spiele mit Ausdauer. Aber man kann relativ lange rennen. Die Ausdauer, das geht. Bei einem Schlag verbraucht es auch Ausdauer. Oh, sehr viel sogar. Okay, das fackt wieder ab. Ich hasse das hier. Oh, was ist das? Eingang, Schnellreise. Äh. Wo komme ich dann hin? Okay. Wieder hier. Perfekt. Für einen Schnellangriff. Ja, das ist gut. Ich spiele auf PC übrigens. Okay, da sind wieder ein paar Zombies. Also, es fühlt sich gar nicht... Es sieht ganz gut aus. Es fühlt sich auch nicht so scheiße an. Es ist gar nicht so schlecht. Es ist wirklich so ein bisschen Diablo-mäßig. Jetzt so vom Kämpfen her. Also, sich zu vergleichen natürlich. Aber, ähm... Ich habe mir jetzt hier wieder was eingesammelt. Ein Helm. Kaputt. Wieso kann ich den jetzt nicht auf... Achso, das ist für Zombies oder was? Ich könnte Verbrauchsgut herstellen. Okay. Gehen wir mal weiter. Hier ist auch so ein bisschen Licht, ne? Wie mit so einer Taschenlampe. Das sehe ich jetzt nicht am Körper, aber... Man sieht hier, ne? Bisschen. Okay, zerrissener Stoff. Schrott. Der hat auch wieder so einen Helm auf, der irgendwie kaputt ist. Dann geben wir erstmal einen Handy. Hier können wir interagieren. Ich werde den hier bespielen. Okay. Wenn wir da jetzt nochmal draufklicken und das Zeichen. Also hier waren wir irgendwie falsch. Wir müssen ja zu... Wie kommt die noch die Karte aufrufen? Wir müssen ja da hin. Wir müssen da unten irgendwie lang. Ach, sorry, aber... Ich bin krank. Ja, keine Ausdauer. Ich hasse jetzt Spiele mit Ausdauer. So. Jetzt sind wir hier im Wald. Geben alle kaputte Dinger. Nee, mein Junge. Ah, ich bin schon für drei. Stimmt, das war eben schon, als ich aufgestiegen bin. Ich kann schon neue Fähigkeiten verteilen. Machen wir gleich mal. Auf dem Dach liegender Bus. Ah, wir könnten hier was... Looten. Achso, das ist auch wieder der Nose. Hey, what the fuck. Leicht jetzt oben lang. Hier sind schon viele Gegner. Mal alles einsammeln. Das ist am Anfang natürlich nur sehr, sehr leicht. Aktuell. Kannst du mit dem Stock alles wegmachen. Ja. Ups. Ah, hier sind wieder welche, die so für dich arbeiten, oder für diesen Typen. Die holen dauerhaft Wasser. Hier ist auch nochmal irgendwie was. Bobs Arcade Speed, das 89-5, das so schon immer irgendwas erklärt. Ich muss überspringen alles. Ähm. Wir müssen... Wie lang? Ups. Weit der Knopf. Achso, wir müssen was draufhalten. Beschützpunkt Waldmitte freigeschaltet. Ah, jetzt können wir hier Schnellreisen machen. Blätter. Ah, man kann die Dauer fast drehen. Okay. Hier haben wir so Stacheln raus. Ah, und hier ist dieser Bob oder was? Oh, hey! Du bist hier neu, oder? Ha! Ich bin Bob. Ich bin derjenige, der die Zombot-Technologie zurückgebracht hat und zu gehen. Ja, wir klicken mal durch. Öffnen das in den Unterruf dann herstellen, um den Hacking-Helm herzustellen. Äh. Da oben. Können sogar direkt zwei. Machen wir direkt zwei. Zack. Nähere ich einem Zombie, den du niedergeschlagen oder bewusstlos geschlagen hast, und drücke Y-Y-Y-Hacking-Helm. Okay. Machen wir gleich mal. Fange einen Zombie. Komm mal einer her, hier. So, und jetzt? Was macht der? Läuft... Hälft der mir jetzt? Ah. Ich glaube ja, der läuft mir jetzt hinterher. Der holt Blätter und gibt sie mir, oder was? Okay. Ihr habt mir Seilbeige gegeben. Ähm, und wir können jetzt unsere Fähigkeiten übrigens noch machen. Er ermöglicht dir, deine Kaugegeln und Zombies wiederzubeleben. Ach so. Also, wenn der jetzt stirbt, kann ich den dann wiederbeleben. Bei jedem Abstecher werden deine toten Zombies ersetzt und die Gehalte, die du noch hast. Du wirst also nie wieder einsam sein. Angriffstempo im Sattel. Wer ringert beim Reiten deines Zombies... Oh, man kann den reiten, what the fuck? Dann rennen sie schneller weg, dann ringen sie schneller. Wer heute fliegt, kann man weiterkämpfen. Er erhöht die Menge an Altmetall, die deine werken können. Erhöht Zombot... Ach so. Ich kann da oben jetzt noch Kampf... Hacking... Versuch mehr Schammergegner, die dich nicht sehen. Schieße, bevor man gesehen wird. Erhöht deine HP. Quälender Schuss. Okay, man kann jetzt hier also... Dann würde ich hier mit Perfekten hinholen. Was ist hier noch? 10% HP. Durch Recycling, Ausdauerregeneration. Ich mache einmal Ausdauerregeneration und erstmal Gesundheit, so Standard. Und dann nehmen wir hier einmal noch... Bei jedem Abstecher werden deine toten Dings wiederbelebt. Okay, mehr geht erstmal nicht. Sprich mit Bob. Jetzt muss ich hier mit Bob springen. Sprich mit dem Aufseher. Wo ist der denn? Hä? Wo ist denn der Aufseher? So sitzt der hier vorne wieder gewesen? Ah, hier. Sprich mit dem Aufseher. Da ist die. Das heißt, ich kann mich jetzt zurück teleportieren. Wo war denn das hier? Aber man kann sogar hier in Schnellreise... Nee. Aber hier, ne? Kommt er mit? Kommt mein Bot mit? Ja. Ja. Okay, kommt tatsächlich mit. Zieh damit er auf einen Gegner. Ah, hier ist diese Taschenlampe jetzt. Und wie viel denn zum Boot anzugreifen. Ah, guck mal. Geht er da echt hin? Okay. Interessant. So, jetzt greift er an. Und ich könnte jetzt anscheinend auch, da ich einen zweiten Helm habe, gleich nochmal einen, nochmal den Hit zum Beispiel. Hatte ich dich noch? Ah, what the fuck? Man kann sogar... Leute, man kann sogar Finisher machen. Scheiße, ich hab keinen Stock mehr. Wo kommen die denn her, Leute? Boah, wie viel. Ja, man kann ja die. Wo ist denn jetzt mein Holz hin? Ja, wieso rüßt ich denn nicht mehr automatisch mein Holz aus? Na doch, 23. Hä, aber wenn ich schlage... Ich hab auf einmal nur noch die Fäuste. Warum das? Vielleicht mal in die andere Hand genommen. Okay, dann hab ich's wieder. Vielleicht ein kleiner Bug oder was? So, was? Ich muss jetzt irgendwie versorgen mit Holz. Ja, hab ich ja. Drücke den Knopf und schließe das Freigitter. Okay. Ich hab's noch hier. Okay. Geschafft. Na ja, okay. Suche Pedro. Pedro soll irgendwo hier hinten sein, also kann ich hier unten lang gehen. Hätte ich auch erstmal einen Stock genommen. Ruf zum Herstellen von... Äh, Verbände. Herstellen. Verbände. Ja, kann ich zumindest einen herstellen. Und ich kann hier nochmal ein paar Helme. Guck mal. Ich kann 10 Stück, oder was? Aber kann ich auch so viele dann mitnehmen? Oder kann ich hier 10 Zombies? Warte mal, gucken wir gleich mal. Den nächsten, die wir K.O. machen. Jetzt haben wir alle mit, immer. Das liegt da. Blätter. Hier wird irgendwas auf der Map angezeigt. So weiß. Aber... Hey, kann man die töten? Ja, kann man. Warte mal, was haben die denn? Warte mal, ich will mal einen von den K.O. hauen. Ich will die tracken. Äh, hacken. Zombie-Ziel? Zombie-Ziel 25%. 50%, 50%, Zombie-Sattel? What the fuck, was ist das? Ja, jetzt sind die auf jeden Fall schon härter. Aber wieso kann ich jetzt diese Helme nicht... Achso, ändere ich erstmal die Waffe? Okay. Aber ich habe 10 Helme und kann halt diese Dinger nicht mehr drauf machen. Wartet mal. Ich habe 11 Stück. Zerlegen, aufteilen. Hm. Oder geht es halt nicht, weil ich nur einen Zombie haben darf. Da unten links. Nutze, um das Zombie-Menü aufzuholen, dann mit der Gegner. Okay. Ich kann hiermit irgendwas ausstatten. Zieht Gegner schon Feuer auf dich. So verschaffst du deinen Feind in den Highscore. Reite wie ein Ritter auf den Zombie-Bot. What the fuck? Was ist das hier? Achso. Kann man das Aussehen ändern. Fliehen. Kampf. Ich kann... Lol, ich kann echt auf dem Reiten. What the fuck? Hä? Irgendwie cool. Okay. Oh, die sind immer geblendet. Ein bisschen von meinem Licht. Hier war ich doch schon, oder? Ich bin doch schon wieder falsch gegangen. Was ist denn da unten lang? Ich bin doch nicht. So, haben wir ihn gefunden. Gib mal Waffen her, Junge. Töte die Zombies für ihn, okay? Nehme mir das hier ein. Ja, die halten jetzt schon einiges aus. Ey, 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 ey. Unfairen Waffen. Das ist natürlich sehr unfair. Ich muss mehr ausweichen. Ey, die Waffe her. Scheiße, mein Einer-Bot ist tot. Ich muss erst hier mit den Waffen töten. Die haben alle Waffen. Oh, ich hab keine Ausdauermahnen. Kann ich dem jetzt nochmal so eine Dings draufballern? Nein. Ich kann den finishen. Oh, 60 HP nur noch. Komm mal her, du Wichser. Oh mein Gott. Ich hab geschafft. Das einsammeln. So, wie kann ich denn jetzt... LT. Ah, LT. Kann ich mich heilen. Ich hatte aber leider nur einen. Kann ich noch mehr Verbände jetzt herstellen? Ja, wenigstens nochmal einen. Nochmal heilen. Ey, fuck you. Hä? Ich hab keine Muni hier, oder was? Digga, das macht gar keinen Schaden. Ich muss das hier aktivieren. Was ist denn hier in Ruhe? Ja, das Spiel stoppt nicht mal, wenn... Achso, jetzt hab ich wieder den Stopp. Was ist denn gut, diese Typen? Nein. Aber wieso? Null vor Null. Ah, ich muss Muni herstellen. Herstellen. Muni. Das hier, oder was? Jetzt kann ich damit knallen. Ah, nachladen. Ah, okay. Jetzt kann ich damit ballern. Gar nicht so scheiße. Bob's Archive's P-21. Ist natürlich mein Dingsy kaputt gegangen und ich konnte keinen neuen irgendwie tracken, hacken, was auch immer. Zerstöre den Antennenmast. Wo kommen die denn jetzt her? Oh ja, das Ding macht natürlich gut Damage. Okay, das ist cool. Fangen? Ah, guck mal, jetzt ging's wieder. Ah. Jetzt konnte ich's wieder machen. Keine Ahnung, was jetzt ging. Äh. Angreifen. Das kann ich jetzt mal nehmen. Da kommen die nämlich die ganze Zeit raus. Schön. Ja, man kann sogar denen jetzt Waffen geben. Guck mal hier. Der kann jetzt auch eine Waffe haben, aber hat der dann Muni? Zieht gegnerische Feuer auf dich. Ich lass mal, dass du das nimmst. Ich weiß nicht, ob der dann Muni hat oder meine Muni verbraucht, oder was? Wobei, wir testen's mal. Müssen's ja mal testen. Okay. Jetzt will ich mal gucken, ob er wie er den hier angreift. Ob er jetzt eine Waffe hat. Oh, ich hab vier Schuss hier. Na ne, er haut damit, weil er keine Muni hat. Das ist natürlich scheiße. Also. Das ist natürlich dumm. Warum kann man ihm das geben, aber er kann nicht... Hm. Na, dann nimmt man das, ne? Digga, er ist so am humpeln, Alter. Warte, fuck. Warte mal, wie schnell ist er denn? Ach nee, jetzt hab ich ja das Reiten weggemacht. Wir haben eine neue Anleitung. für eine Planke, für ein Seil. Okay. Ein paar neue Sachen hier. Wofür sollte ich jetzt 10 Seile machen? Wir machen mal zwei. Planken, keine Ahnung, für. Verbände immer gut. Muni immer gut. Ne, warte mal, was ist das denn hier? Panzerung fehlt noch. Helm habe ich eh noch genug. Was ist das hier oben? Ach, guck mal, hier, Waldpanzer. Ah, guck mal. Das ist ja jetzt erst. Einmal das. Ach, scheiße. Alles andere geht nicht. Aber legt ihr das auch gleich an? Ja, hat er angelegt. Wir haben jetzt da irgendwie so eine Panzerung. Ich denke, ich habe so viele... Was kann man denn hier mit machen, mit diesen ganzen Dingern? Mh. Waffe 1 ausrüsten, zerlegen. Ja, klar. Ich brauche doch nicht so viele, oder? Aber man kann doch gleich auf Verschrotten gehen. Nein! Och, nee. Was hat er denn jetzt gemacht? Alles, oder was? Och, nee, Digi. Ich dachte, er macht nur das eine. Jetzt habe ich irgendwie alles verschrottet. Oh, nee, Mann. Ich werde mir aber erst mal Muni herstellen. Scheiße, Mann. Na gut, meine Waffe habe ich behalten. Muss ich eh nochmals heilen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Erst mal den Verschrotten habe ich jetzt nicht verstanden. Er hätte jetzt irgendwie alles weggeknallt. Mh. Ach, Planken war ja wahrscheinlich hier zum Reparieren der Brücken, ne? Hier ist noch irgendwas. Hä, das Spiel ist gar nicht so scheiße, Digi. Wie kann man den speichern? Speichert der alleine? Du, die Waffen sind krass. Hä? Ich habe doch Seile hergestellt. What the fuck? Ich schneide die erst mal ab, da die Viecher. Hä? Habe ich nicht vorhin Seile hergestellt? Sehr gut. Äh, ich habe Knüppel. Ja, oder ist kaputt? Na, warte, ich muss kurz den Knüppel. Äh, als Waffe eins ausrüsten. Nein. Digga. Oh mein Gott. Ähm. Wieso kann ich denn jetzt die Waffe nicht? Ach so, man muss immer draufdrücken. Okay. Jetzt haben wir beides. Das ist ein Riesenknüppel und das. Okay, 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 okay. Wir müssen weiter. Erstmal finde eine Quelle für Holz. Sammle Rhetorzen von Antennas. Stelle ein paar Bretter her. Sechs Planken brauche ich noch. Stand da zumindest. Bisschen umgeschafft. Ich gucke jetzt mal, ob wir hier noch die Re... Bisschen wie der Gegner. Wow, was haben die denn für eine Shotgun, Alter? What the fuck? Der Knüppel macht auch den Gämmensch. Au, Alter. Du sollst angreifen, du Holzkopf. Alter, gib mir die Knarre. Alter, Shotgun, Junge. Sehr geil. Genau, mach die Scheiße. So, herr mit der Shotgun. Holy shit. Loll. Okay. Falsch, da oben ist noch eine, warte mal hier ist so der Mini-Insel, mal gucken was hier auf der Insel ist, Eingang nach Pam, eyy, Dreckviecher, boah, das macht voll wenig Schaden, ey, oh mein Gott, ist durch, Alter. Was sind das für Dreckviecher, Alter, holy shit, aber ich mach halt collateral damage, also viele, aber ich werd jetzt immer ne Knüppel spielen, fuck, was sind das für Viecher, Alter, Helme rauf, Petros goldenes Messer, sollte ich ihm das holen, oder kann ich das benutzen, ein wunderbarer Dreck, what the fuck, geil, ey, scheiße, ich kann's nur bewegen, hä, Ich kann's nicht ausrüsten, schade, vielleicht krieg ich was, wenn ich ihm das wiedergebe, wo war denn das nochmal, der war da unten, der Junge, ne, piss dich, du Dummel, Warte, wir gehen jetzt erstmal mal zurück, irgendwo muss ja das Messer dafür sein, wenn wir das nicht benutzen können, vielleicht kriegen wir irgendwie was, wenn wir das ihm geben, also eine Mission war es jetzt rechts nicht, aber das war hier, oder, ja, Nicht die Falschen, ja, holy shit, wie schnell ist er denn? So, wo ist der Pedro? Gucken, wegen dem Messer? Nee, Leute, wir können nicht mehr mit ihm reden. Ja, wo ist denn das Messer, what the fuck? Ich hab irgendwie so was gefunden. Vorrat, ein wunderbares Wurfmesser. Ja, aber, ich kann hier nur verschrotten, Aktionen, bewegen, abbrechen. Bei den Waffen seht ihr dann Waffe ausrüsten. Okay. Ich würd mal sagen, ich mag jetzt hier für den ersten Part Cut, das Spiel gefällt mir, also hätte ich nicht gedacht. Das Spiel ist gar nicht so scheiße. Mal gucken, wie man halt jetzt saved. Ah, Fähigkeiten. Ja, gucken wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe mal, dass er hier... Oh, man kann sogar ein zweites Spiel einzufügen, oder was? Ich hoffe mal, dass er saved, ne? Haut rein, Leute. Ja, ich hoffe mal, dass ihr euch hier... Bis zum nächsten Mal.